Meine lieben Geschwister, ja? Was ist euch in den letzten drei Tagen, vier Tagen, fünf Tagen aufgefallen? Im Vergleich zu den ganzen letzten Monaten. Kein Ardian, so wie du fragst. Nein. Ja? Ich meine, wettertechnisch. Ach so, wettertechnisch. Kein Sommerschau. Danke. Der Herbst hat angefangen. Und Leute, wir haben einen neuen Trick. Ich meine, es ist eine Überleitung in dem Sinne berechtigt, weil jedes Mal, wenn Ardian einen Song macht, Digga, diese Sommerlaune, dieses Feeling von, du hast ein warmes Gefühl ums Herz, hast du jedes Mal aufs Neue bei Ardian. Aber weißt du, die Frage ist, jetzt kann er auch Herbst? Kannst du auch den Herbst, Ardian? Ist der Herz auch in dir? Kannst du nicht den Herbst übermitteln? In dem Sinne, meine Damen und Herren, wir sind die Rabbanas, mein Name ist John, Megan und Mason. Wir reagieren heute nämlich auf Ardian Bouyubis neuen Song Juliette. Oh, Juliette? Juliette. Juliette oder Juliette? Juliette. Stimmt meint er Juliette, aber das kann er. Für die einen so, für die anderen anders. Salamu alaikum. Ich würde sagen, in dem Sinne, Leute, Dray Mason 1. Ja, bei mir ist es so gut. Okay, let's go! Oh, p** ont. $$%&%&%&! Na kan mit wenn ein Fattor. Vestde mein Geldes. Oh, oh. Dim Korsi kuleta. Lächal wohl entier. Kulka mit a ya Motto. Dänze kemai Julie. Oh. Na kan mit dem Fattor. Vestde mein Geldes. Das ist jetzt nicht dieses typische, so man sieht die Frau, ist ja gute Laune, ich streichle dich so unter hier kraulen, nein, das ist jetzt so ein bisschen Liebes, man sieht den nicht so ein bisschen auch nachdenklich. Das ist so ein anderer Adria, ein Refrain, sehr untypisch. Diesmal, nach dem letzten Mal, wo der mit Moody den Refrain gesungen hat und auf welcher Sprache singt der nochmal? Der ist Kosovo-Albaner, also ich weiß jetzt nicht, was das für ein... Auf jeden Fall in dem anderen Lied, Moody hat ja auch schon seine Sprache gesungen und jetzt wieder... Das macht er öfter, Schwester, das macht er fast so mal. Er hat auch Songs ausschließlich auf... Egal, seit dem letzten Mal ist es mir mehr aufgefallen. Interessant. Da haben die uns auch genockt, so der ist kein Deutschrapper. Ja, ich weiß, der ist auch kein Deutschrapper. Naja, aber die Sänge, die Sänge, die Sänge ist... Aber das ist was anderes, das fällt mir auch. Okay, let's go. Das gefällt mir gerade sehr. Ardian, Ardian, Ardian. Ich habe direkte Worte an Ardian. Stark. Einerseits gut. Ne, wirklich stark. Obwohl, das sage ich am Ende. Darf ich? Ja. Ardian macht hier einfach mal was anderes. Das ist einfach mal was anderes. Ich liebe es, wenn er auf Deutsch singt. Wahrscheinlich, wenn ich mit Deutsch mehr so Emotionen verbinde und ich die andere Sprache nicht verstehe. Verbinde damit nur Kling. Aber ich liebe es, wie er auf Deutsch singt. Ich finde seine Stimme so schön. Ja. Ich finde auf Deutsch singen so schrecklich. Findest du? Deswegen bin ich froh immer, wenn er Albanisch reinbringt. Oh, ich liebe deutsches... Deswegen diese... Ich liebe es, weil deutscher Gesang... Es gibt nicht so, so, so geilen deutschen Gesang mehr, finde ich. Außer jetzt so... Aber da gibt es schon einige Beispiele. Ja, ich weiß. Ich weiß, aber verstehst du irgendwie, was ich meine so? Es gibt schon etliche Beispiele. Wir verstehen, was du meinst. Es gibt schon Beispiele, aber irgendwie... Für mich. Es gibt die Hits in den Charts und es gibt sie, aber für mich, okay? Für mich. Okay, assalamu alaikum. Oh, meine Haare. Du tanzt alleine deine Choreos. Choreos. Kommt von fliegen Augen, Tokio. Nakan mit Wettem Fattor. Set dem Monukje. Tim Korsikulato. Lechampulintier. Kuka mit Ayamato. Den Seike, mein Julien. Das ist gut. Nakan mit Wettem Fattor. Set dem Monukje. Ich würde gerne mal wissen, was er sagt. Würde ich auch gerne wissen. Aber es... Das ist ein richtiges Sommersong. Geht, Leute. Das ist richtig schwer. Aber das gefällt mir gerade voll. Leute. Das hat einen anderen Zaun. Für mich, für mich vorher, nicht der Sommer, also nicht Ardian hat sich an die Jahreszeit angepasst, sondern die Jahreszeit hat sich an den angepasst. Es war unabhängig dessen, ob draußen gutes Wetter war. Wenn Ardian so eine gute Laune-Song gemacht hat, dann warst du in diesem Modus. Du warst in diesem Modus. Direkt, automatisch. Zumindest bei dir manchmal nicht, Digga. Du bist eh nicht auf dem Film. Aber wir zwei, wir sind auf dem Modus. Aber jetzt, Digga. Das ist jetzt so dieses Ende Sommer, Anfang Herbst. Der legt sich, glaube ich, mit dem Herbst an. Ja, macht er, macht er. Das ist so dieses Zwischending. Mal gucken, Ardian. Der Herbst, der kommt. In ihm geht das so auf. Ob er den einnehmen kann, ja. So. Amiri. Der hat es geschafft, dass ich statt ein Band versunken bin. Hat null auf die Uhr geachtet. Oh, das. Krass. Das ist auch. Ich glaube, das wird auf jeden Fall nicht dieser Herbst sein, weil sonst hätten die alle Masken an. Stimmt. True. Ich fange nicht mit Corona an, ich wüsste. Ich kriege ein Band-Uhr. Depression, Digga. Ich wüsste. Den Ton macht das du. Ich habe nicht mit Corona an, ich sage weiter. Ich gehe nicht mit LOL. Ich habe... Ich mache dir nichtsIFемся. Ich zeige mich mit... Ich habe nichts von mir. Ich mache mich mit Donbaut. Ich kann auch kein Räser haben. erinnere. Ist doch irgendwas mit Liebe, oder? Ja, ist doch, ich liebe dich. Aber warte, ich weiß gar nicht, ob der das gesagt hat. Ich auch nicht. Ich auch nicht, aber soweit ich mich erinnere, war ja das. Das ist interessant. Das ist nicht unser Thema. Wirklich, das ist nicht unser Thema. Wir haben keine Ahnung. Ey, wenn wir schon damit anfangen, das ist ein bisschen zu sagen. Wir haben einfach nur Angst, geschützt, um wieder zu werden. Jetzt weiß ich auf einer weiteren Sprache, wie schlimm dich heißt. Ist cool. Zu wissen. Zwar eine Schwäche, aber du weißt es. Auf einer Sprache ist es so. Ich würde es gerne auf Chinesisch wissen. Ich weiß. Ich habe doch Chinesisch gelernt. Sag doch. Aber das ist einfach. Weiß, was bedeutet und mein Auge bedeutet es? Was? Wo, eine auf Arabisch. Echt? Und meine Auge. Interessant. Weiter geht's. Und das ist einfach. Und das ist einfach. Was sagt ihr? Hammer. Ich mag all den Songs insgesamt. Ich finde, es gibt unter denen immer so einen, den ich auf jeden Fall öfter höre. Ich glaube, das wird er jetzt nicht. Aber ich mag all seine Songs so allgemein. Ja, finde ich auch. Und es ist so ein Song, es wird früher dunkler, es regnet öfter. Du bist so auf dem Nachhauseweg und es ist schon dunkel. Bisschen auf Debrimodus, du hörst den Song gemütlich. Du siehst, draußen regnet bis nachts. Das ist der Vibe. Der kommt gut an. Im Auto? Im Auto, von mir aus dem Schulbus, oder zuhause, in deinen Wintergarten. Oh, im Bus fühlt man sich sonst so hart. In deinem Knast-Sutterer-Garten, Digga. Alles. Ja, das ist so. Du hast schon erwähnt, der herbstliche Ardian. Herbstliche Ardian. Der herbstliche und herzliche. Genau. In dem Sinne würde ich sagen, liebe Geschwister. Wir beenden dieses Video. Wir beenden dieses Video. Sag die Entworte. So. Maaßen. John. Und Megan. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind die Ravennas. Unten in der Beschreibung ist der Link zu Telegram. Ihr könnt uns auch sehr gerne auf Instagram folgen. Dort heißen wir die Ravennas. Apropos, ich hab mir Twitter runtergeladen. Folgt uns auch dort, die Ravennas. Ohisch. Im juice wars. Viele Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Bye, bye.